Hier präsentieren wir die 5 besten Fahrradhalter-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Fahrraddeckenhalter-Lifthalter-Fahrradlift. Die Relax-Dais-Fahrradaufhängung eignet sich für Fahrräder mit einem Gewicht von bis zu 20 kg. Die platzsparende Deckenmontage ist sowohl im Keller als auch in der Garage ideal. Im Vergleich zu den typischen Wandhalterungen ist von einem wesentlich geringeren Kraftaufwand beim Verstauen Ihres Fahrrads auszugehen. Immerhin müssen Sie Ihr Rad nicht anheben. Vielmehr leistet der solide verarbeitete Seilzug diese Arbeit für Sie. Nicht nur zum Verstauen Ihres Bikes ist die Relax-Dais-Fahrradaufhängung somit sehr praktisch. Sorgen Sie dank dieser ebenso robusten wie platzsparenden Konstruktion in Ihrem Keller für mehr Stauraum. Ihr Fahrrad können Sie kinderleicht am Lenker sowie am Fahrradzettel in diese Halterung einhängen. Nummer 4. Off-Up 16408 Fahrradwandhalter Der Off-Up 16408 Fahrradwandhalter lässt sich bei Bedarf nicht nur platzsparend einklappen. Vielmehr ist der robuste Halter, der selbst rund 2 kg wiegt, sogar für Y-Rahmen sowie für Fahrräder mit Übergröße hervorragend geeignet. Während die Reifen in der Führungsschiene der Halterung Platz finden, sichert ein zusätzlicher Haken den Rahmen des Rads ab. Selbstverständlich wurde dieser mit einer gummierten Schutzschicht überzogen, um somit ein verkratzen des Fahrradrahmens vermeiden zu können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. I-32559 Fahrradwandhalterung klappbar. Diese klappbare Fahrradwandhalterung eignet sich für bis zu 3 Fahrräder. Daher kann die Halterung Made in Europa mit einer besonders hohen maximalen Belastbarkeit von 45 kg Punkten. Die erforderlichen Montagematerialien werden selbstverständlich mitgeliefert. Durch die klappbare Bauform lässt sich die Halterung bei Bedarf während Zeiten des Nichtgebrauchs noch platzsparende einklappen. In Ihrer Garage, im Keller oder in einem Schuppen können Sie diese Fahrradhalterung bequem auf einer für Sie angenehmen Höhe montieren. Nummer 2. Ihr Etich 2 XZ-Fahrradhalter-Fahrradhaken-Wandmontage-Aufbewahrung. Die praktischen Wandhaken zur Fahrradaufbewahrung können mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis für Aufsehen sorgen. Es werden gleich zwei Haken samt des erforderlichen Zubehörs für die Montage an der Wand an Sie ausgeliefert. Die stabile und robuste Verarbeitung gehört zu den weiteren Pluspunkten. Die maximale Belastbarkeit je Haken beläuft sich auf immerhin 30 kg. Dies ist durchaus beachtlich, da die Modelle der direkten Konkurrenz oftmals nur mit einer maximalen Tragkraft von 25 oder weniger kg auf sich aufmerksam machen. Und die Nummer 1 unserer Liste. RelaxDA-Ease-Fahrradhalterung 2er Set. Die praktische RelaxDA-Ease-Fahrradhalterung bietet sich für alle gängigen Fahrradtypen an. Die robuste und widerstandsfähige Verarbeitung ist ein weiterer Pluspunkt. So kommt eine maximale Tragkraft von 25 kg pro Haken zustande. Zwei Haken werden an diesem hochwertig verarbeiteten Set mitgeliefert. Vor allem der Felgenschutz ist von Vorteil. Die Haltebügel, in die Sie jeweils ein Rad senkrecht einhängen können, verfügen über einen Kunststoffüberzug als Schutz vor Kratzern. Diese platzsparende Art der Fahrradaufbewahrung bietet sich somit für die verschiedensten Räume von der Garage bis zum Keller an. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.